In diesem Video zeige ich euch, wie man den Korpus für diese kleine Espressobar mit Flachtüben verbindet. Hallo bei Holzwerken TV. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Denn in diesem Video möchte ich euch ein ganz besonderes Möbelstück präsentieren, nämlich eine Espressobar mit jede Menge Stauraum für die Kaffeezubereitung und einem integrierten Mülltrennsystem. Und wie könnte es anders sein? In der Zeitschrift Holzwerken findet ihr natürlich auch den Bauplan von mir dazu, mit jede Menge Fotos und Zeichnungen und einer detaillierten Materialliste. Und damit ihr auch jetzt so richtig Lust an dem Nachbau von dieser Espressobar bekommt, schauen wir uns einfach mal an, was die denn so alles zu bieten hat. Der Schrankkorpus hat sechs Vollauszüge. Dort könnt ihr beispielsweise Kaffeebohnen oder wichtiges Maschinenzubehör wie Siebträger sofort griffbereit unterbringen. Den Kaffeeabfall könnt ihr ganz bequem unten rechts im Zweifach-Mülltrennsystem entsorgen. Der läuft auf hochwertigen Vollauszügen und besitzt einen gedämpften Selbsteinzug. Ein weiteres Highlight ist die Arbeitsplatte aus 12 mm dickem Mineralwerkstoff. Dieses Material ist besonders strapazierfähig und sehr leicht zu reinigen. Abfälle für die gelbe Tonne und Papierabfälle können ihr dann im Auszug unten links trennen. Aber das Beste an dieser Espressobar, sie ist komplett aus Plattenmaterial hergestellt. Das ist einmal Buche Leimholz in 20 und 26 mm Stärke und einmal für die Rückwand 15 mm Buche Multiplex. Und wenn ihr das aus diesem Plattenmaterial herstellt, dann braucht ihr beispielsweise keine Hobelmaschine und könnt gleich mit dem Zuschnitt beginnen. Und so einen Zuschnitt, den können die zum Beispiel auch wunderbar auf dieser Multiwerkbank mit der klappbaren Führungsschiene und diesem Anschlagreiter, der ja für den wiederholgenauen Zuschnitt der einzelnen Bretter zuständig ist. Und wer den Bauplan für diese Multiwerkbank sucht, der findet den Bauplan entweder in meinem Handbuch Elektrowerkzeuge oder auch in der Zeitschrift Holzwerken in der Ausgabe 79. So und jetzt zeige ich euch, wie man auf dieser Multiwerkbank und teilweise unter Einsatz dieser Führungsschiene für unsere Espressobar die einzelnen Bretter wunderbar mit Flachdübel verbinden kann. Als erstes fräst ihr die Flachdübelschlitze in die Stirnkanten der beiden Seitenwände und der Mittelwand. Dazu legt ihr die Seiten immer mit der Innenfläche flach auf den Werktisch. Das zwingend nötige Schreinerdreieck auf allen Bauteilen sorgt dafür, dass ihr bei den vielen Platten nicht den Überblick verliert. Und ganz wichtig, da Leimholz oft geschüsselt ist, solltet ihr die Platte mit einer hohen Leiste schön gerade und dicht auf den Werktisch ziehen. Sonst haben die Schlitze unterschiedliche Abstände zur Plattenfläche. Je nachdem, wie krumm die Platten sind, könnt ihr dazu die Leiste einfach mit kurzen Kanten um Leimern unterlegen. Fünf Flachdübelschlitze solltet ihr dann pro Stirnende einfräsen, damit später alles schön stabil und gerade bleibt. Auch die Mittelwand bekommt ihre fünf Flachdübelschlitze an beide Stirnenden. Dann geht's weiter mit den Zwischenböden, denn auch die bekommen in die Stirnenden jeweils fünf Flachdübelschlitze. Auch hier wieder das Schreinerdreieck im Blick behalten und die Zwischenböden immer mit der Unterseite auf den Werktisch auflegen. Jetzt sind Deckel und Boden an der Reihe. Hier lohnt es sich, zwei Abschnitte der Seitenwände mit Flachdübelschlitzen zu versehen. Die sind nämlich zum Ausrichten und Testen deutlich handlicher als die hohen Seitenwände. Als nächstes legt ihr die Deckelplatte mit der Innenseite nach oben zeigend auf den Werktisch. Anschließend die Rückwand hinten bündig und links und rechts mit gleichem Versatz sauber ausrichten und festspannen. Jetzt noch die Seitenwandabschnitte auflegen und auf die nötigen Maße zu vorderen und hinteren Deckelkante ausrichten. Passt alles, markiert ihr euch noch die Position der einzelnen Flachdübelschlitze und nutzt den Abschnitt auch gleich als Zusatzauflage für die Flachdübelfräse. Denn so kann die Maschine nicht kippeln, wenn sie Hochkant und dicht an der Rückwandkante anliegend die Flachdübelschlitze fräst. Die 15 mm dicke Multiplexrückwand wird ebenfalls mit Flachdübeln verbunden. Dazu legt ihr sie flach auf den Werktisch und fräst in alle vier Kanten jeweils fünf Schlitze ein. Um die passenden Gegenschlitze in die Seitenwände zu fräsen, spannen die euch am besten zwei MDF-Plattenreste als Anschlag hochkant an die Werktischzarge. Dort können die jetzt die Seitenwand anlegen und mit einer Zwinge sichern. Damit die Rückwand jetzt um etwa 5 mm zurückspringt, legt ihr einfach eine 5 mm dicke Sperrhauzplatte unter die Flachdübelfräse. Das gleiche macht ihr dann natürlich auch mit der zweiten Seitenwand. Auch Deckel und Boden bekommen diese Schlitze für die Rückwand. Hier müsst ihr allerdings den Rücksprung nochmals um 21 mm vergrößern und zusätzlich zur Sperrhauzplatte noch ein paar passende Leisten unterlegen. Das Ganze macht ihr dann auch nochmal mit der Bodenplatte. Was bei Deckel und Boden jetzt noch fehlt, sind die Schlitze für die Mittelwand. Dazu steckt ihr zuerst mal in das Bodenbrett die beiden Seitenwandabschnitte und einen Rückwandabschnitt ein. Anschließend legt ihr den breiten Zwischenboden dicht an den Rückwandabschnitt und den linken Seitenwandabschnitt und fixiert ihn dort mit Zwingen. Jetzt könnt ihr die Maschine wieder hochkant an den Zwischenboden anlegen und die 5 Flachdübel-Schlitze für die Mittelwand einfräsen. Dann mal kurz die Mittelwand aufstecken und schauen, ob alles passt. Auch das Deckelbrett bekommt natürlich diese Mittelwandschlitze. Hier müsst ihr aber aufpassen, dass ihr den Zwischenboden diesmal dicht an den rechten Seitenwandabschnitt anlegt. Dann wieder festzwingen, Rückwandabschnitt rausnehmen und die 5 Flachdübel-Schlitze einfräsen. Zu guter Letzt fehlen dann nur noch die Schlitze in der Mittelwand und den Seitenwänden für die beiden festen Zwischenböden. Dazu markiert ihr euch auf der Mittelwand zunächst einmal die genaue Position des Zwischenbodens. Den linken Strich, der die Unterseite des Bodens markiert, richtet ihr jetzt exakt bündig zur Kante der Führungsschiene aus. Und damit später auch die beiden Seitenwände exakt den gleichen Abstand haben, nutzt ihr einfach den Anschlagreiter. Dieser Anschlagreiter in Kombination mit der klappbaren Führungsschiene sorgt für absolut präzise und wiederholgenaue Flachdübel-Schlitze, die man mit bloßem Anzeichnen und Ausrichten niemals hinbekommen würde. Und das sehen wir auch gleich. Denn auch auf der anderen Seite der Mittelwand müsst ihr nämlich diese Schlitze noch einfräsen. Und im Idealfall sollten sie natürlich auch exakt auf einer Höhe liegen. Und genau das ist dank Anschlagreiter und Führungsschiene immer gewährleistet. Da Mittelwand und Seitenwände exakt gleich lang sind, können die auch die mit der oberen Stirnkante wieder dicht an den Anschlagreiter anlegen. Die Positionen der fünf Flachdübel könnt ihr euch ganz einfach mit Hilfe des Zwischenbodens direkt auf die Führungsschiene markieren. An diesen Markierungen könnt ihr dann bequem die Flachdübelfräse ausrichten und bekommt so auch exakt deckungsgleiche Schlitze. Solche Schrankkorpusse mit Flachdübeln zu verbinden, ist schon eine super Sache. Und mit der richtigen Technik können die auch recht komplexe Schrankbauten schnell, einfach und super präzise verbinden. Und im nächsten Video zeige ich euch, wie man die fertig gefrästen Bretter Schritt für Schritt zu einem Korpus zusammenleihen. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch, wie immer, allzeit unfallfreies Holzwerken. Macht's gut und tschüss! Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, so geben Sie uns doch gerne einen Daumen hoch. Hier unten können Sie auch gleich den ganzen Kanal von HolzwerkenTV abonnieren, um nichts zu verpassen. Oder Sie bleiben am besten gleich dran. Hier links gibt es noch jede Menge gute Filme.